Die professionellen Rucksäcke der Vertex AW-Serie sind aus robustem und wasserabweisendem Material. Das gepolsterte Tragesystem bietet eine angenehme Gewichtsverteilung und kann individuell an verschiedene Körpergrößen angepasst werden. Die Vertex-Rucksäcke bieten Platz für eine professionelle digitale Spiegelreflexkamera, zusätzliche Objektive und Zubehör. Durch gepolsterte, herausnehmbare Trennwände kann die Inneneinteilung individuell dem Equipment angepasst werden und bietet maximalen Schutz. Ein aufklappbares Zubehörfach und laminierte Netz-Innentaschen bieten viel Platz für weiteres Equipment oder persönliche Dinge. Umgedrehte Reißverschlüsse sichern das Equipment vor Beschädigungen und Kratzern. Zudem sind sie wasserfest und schützen so die Ausrüstung vor Feuchtigkeit. Sliplock-Befestigungsschlaufen ermöglichen die Befestigung von weiteren Taschen oder kompatiblem Lowe-Pro-Zubehör. Das Gleit-Lock-System ermöglicht die Befestigung von Stativen, Outdoor-Zubehör oder anderen Produkten an der Seite oder vorne. Zu stabilen und ausbalancierten Befestigungen von einem Stativ ist eine abnehmbare Stativhalterung an der Vorderseite angebracht. Das eingenähte All-Weather-Cover schützt ihr Equipment zuverlässig vor Regen, Staub und Sand. Der Vertex AW ist in drei Größen erhältlich mit einem gepolsterten Frontfach für Notebooks oder Unterlagen.